So, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Witcher. Wir gucken uns vielleicht erstmal in der Stadt hier rum. Ich würde gerne schon mal hier ein bisschen reingucken. Wie es hier so aussieht. Da vorne ist dann ein Schiff, aber das möchte ich lieber noch nicht machen. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt da hingehen, dann wird es bestimmt irgendwie eine Sequenz geben. Passen wir mal lieber es auf. Oh, da war ein Ausrufezeichen. Hier drin. Abgeschlossen, ähm. Dann hier. Was denn das? Nee, ich möchte nicht eintreten. Hattori. Hattori. Hattori Hanzo. Hattori Hattori. Oh, Spaß. Hattori Hattori. Hattori Hattori. Hattori Hattori. Okay. Ähm, okay. Lass mich mal probieren. Wenn er es mir schon anbietet. Ich hoffe, er ist nicht vergiftet. Guckt schon so komisch. Nicht Spaß. Hm. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith? Ähm, der steht vor dir. Vielleicht. Vielleicht. Three swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all just aside. You make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. Well, I can't greet a witcher with dumplings. Come. Let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Hmm. Nicht schlecht. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I've done. What do I have with this kind of steel? Someone with your skills? Why the hell are you kneading dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novograd's smithing market? Not officially, though... All supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with cleaver. Frequently. Tried negotiating? Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. Hmm. I see. But I shouldn't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... Well... You miss the heat of the forge. Try getting supplies from someone else. Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... Would you be willing to help me? Da sag ich nicht nein. Wir bekommen vielleicht ein Entschwert. Also? Also? Want me to help you get your supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the king of beggarsmen. Take it, he's important in the underworld too. Yes. What's more, he's on piss-poor terms with Cleaver, who backs Van Horn. It's just... He demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I... Choose something from your collection? Forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know, criminal underworld. I'm not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horson. Must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark. Near the crane at the docks. Okay, then we have a new quest. Ähm... It's just stupid, that we should meet us at night at night. That's cute, or not cute. That is the... Da am Hafen, das ist ein bisschen... Ja, scheiße. Ich will da nicht hin. Ja, jetzt hat er ein Problem. Ein Anschlagbrett, wo? Äh, da. Man, warum willst du denn immer da rauf? Oh nein. Wer seid ihr? Ja... Ich habe einen Manns, Hör! Ich habe ein paar Kollegen, Herr. Wir waren ein bisschen eine Hörer Quirktig. Wir sind ein bisschen eine Hörer. Denn wir sind Vammens, wie? Ja, bist du? Ja, bist du? Wir sind Butcher. Wir be62. Wir slaughteren, wir slaughteren. Except die Wüscher sind nicht. Wohydr. Wälder sind sie in. Wäldern see? Wäldern open ihren Pursen. Wäldern die Leute gut an dem ihren腳. Ich glaube, ich bin auf die falsen Wäldern. Wäldern die Leute und wirklich nicht. Lasst mich durch, ich will euch nichts geben, ihr sauft doch nur. Zum letzten Mal, verpisst euch. Ach mann alter, verpisst DASH. Vollidiot. Das ist ja cool, ey, jetzt kommen auch schon welche so uns entgegen und wollen uns verkloppen. Ähm. Von Schwertern und Knöden. Alter, das ist Stufe 24. Cool. Das können wir eigentlich vergessen. Hm, Hexeraufträge. Wir können ja eigentlich mal sowas wieder machen, oder? Die lustige Witwe. Monster im Wald. Wir machen erstmal das und dann vielleicht die lustige Witwe. Was ist hier so los? Los. Mal kurz gucken. Wie saufen alle hier. Und die prügeln sich? Kann ich mitmachen? Anscheinend nicht. Oder? Da wird's noch. Du? Du? Oh. Tavernemeister. Okay. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Rambok. Toller Titel. Was? So ein Koloss kommt auf uns zu. Ich höre erstmal zu. Ähm. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Nö. Ach, ich weiß nicht. Nee, das ist so. Das kratzt so an mein Ego, wenn ich jetzt verliere. Aber, okay. Mal gucken. Kann ich ja mal ausprobieren. Nö. Nee, du verarschst mich. Mach ich nur einmal. Oha. Oha. Vielleicht ist gut, wenn ich jetzt verliere. Uiuiuiui. So, ich hab jetzt verkackt. Und jetzt? Okay. Okay. Ich hab's mal ausprobiert. Das kratzt aber schon an mein Ego, dass ich mit Absicht verliere muss. Aber der war sowieso zu stark, also von daher. Ist gut. Ich sprich mit dem Kommandanten des Wachpostens bei der Brücke nach... ...Novigrad. Warum? Warum soll ich das jetzt machen? Gehört das zu dem Auftrag, oder was? Was ist denn da unten? Springen wir einfach ein. Oh. Was zum Teufel. Wer hat das hier reingemacht? Da war da noch mehr, oder? Mal kurz... Abtauchen. Was ist das? Eine Zutat? Gucken wir uns das mal an, was wir jetzt hier eingesammelt haben. Krass. Wir haben Rüstungen gefunden. Ich hatte ja eigentlich auch eine Rüstung angefertigt. Ach der Scheiße. Ähm, ja. Wir müssen sowieso mal wechseln. Bewerb. Oh, naja. Seht echt. Ja. Sieht sehr, super aus. Haben wir vielleicht ein besseres Schwert, irgendwie? Wir haben hier Sachen für das Pferd, ja. Hm, aber sonst? Hm, ich weiß nicht. Sieht alle so bescheuert aus. Ups. Sieht ein bisschen aus wie so ein Depp, irgendwie. Aber wir brauchen halt bessere Rüstungen. Teufel in den Wäldern. Das ist ein Auftrag. Die weiße Dame. Gewinnt voll nach dieses Kartenspiel. Müssen wir auch noch die Karten sammeln. Ich muss mal ein paar mehr Händler aufsuchen. Was ist das hier? Gleitflip. Den haben wir ja schon eingelöst. Mhm. Ja. Ich bin mit der Kleidung einfach nicht zufrieden. Aber sie soll uns ja erstmal schützen. Sorry. Bis wir was besseres haben. Wir können uns ja Sachen anfertigen lassen. Holen wir mal unser Pferd. Oh Gott, das hat da jetzt irgendwie eine neue Ausrüstung. Kommt natürlich aus dem Busch. Hallo. Oh. Schick. Wie so ein richtiges Ritterpferd. Komm mal her hier. Komm mal her hier. Komm doch mal her hier. Komm runter. Mann, du gehst mal auf'n Keks mal. Mann, du gehst mal auf'n Keks mal. Ich krieg' ihn nicht. Das ist so scheiße immer mit dieser Armbrust. Was? Noch einer. Jetzt gehen die mir beide auf'n Sack. Was? Noch einer. Oh. Jetzt ist aber genug hier, oder? Hab mich jetzt genug geärgert. Guck mal her. Du Schisser. Ich müsste dich Angsthase nennen. Ich hab doch mal voll die Panik hier. Mann. Was ist denn das für'n Wegweiser? Erst durch diesen ganzen Busch hier und dann wieder nicht? Macht mal Platz. Macht mal Platz. Macht mal Platz. Soll ich mit dir so mehr reden, oder was? Giddy up. Was möchtest du von uns? Ich bin wegen der Nachricht hier, ähm... Ich bin wegen der Nachricht hier, ähm... Ich bin wegen der Nachricht hier, ähm... Ich hab ihn mit dem, die Loks nicht zurückgebracht. Die Loks nicht zurückgebracht hat. Also, der Arbeit ist einfach. Bring mir die kreis-kreis-kreis-kreis-kreis-kreis-kreis-kreis. Ich gebe dir die Gold. Wie die Noten sagen, ich werde nicht schregen. Ich werde mich nicht schregen. Quartemaster Warpuch. Aber ich kann ein Pass geben, dass ich dich durch die Pontar. Also, fahre? Sollen wir uns das ansehen? Wir sind ja schon in der Nähe. Das klingt wieder so, als ob es irgendein Monster ist, wo wir eine Trophäe bekommen können, wenn wir den Kopf abschneiden. Also, irgend so ein Vieh wird das sein. Bin ich mal gespannt. Ihr hoffentlich auch. Oh, ich hör schon was. Ich speichere mal kurz. Man weiß nie. So, runter vom Pferd. Da sind erstmal so ne Viecher hier, diese Andangule. Allgule. Woah! Shit! Wir haben euch den Stachel noch nicht. Sein Baby. Ja. Ein Riesengul. Ja. 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 Gibt's hier noch mehr Spuren? Hier. Die Kissen sind leer. Ja. Das stimmt. Aber was ist hier schon normal, irgendwie? Folgen wir mal den Spuren. Das ist ja immer was Gutes. Da sind wieder diese Ertrunkenen, oder? Ja. Diese Mistkriechen. Ja. 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 Ist ja gut, man. Mach freundlich mal. So. Jetzt müssen wir da nach oben irgendwie. Wie? Ich guck mal kurz hier, was das hier für ein Dorf ist. Mann des Barons. Waren wir hier schon mal? Ja, wir waren hier schon mal. Okay. Ähm, ich kann da kurz mal gucken, ob hier ein Schmied ist. Irgendwie. Ist hier einer? War ein Schmied. Ja. Na toll. Er will mir nicht helfen. Vielleicht, wenn ich die Waffe wegstrecke? Kannst du mit mir mal kurz reden? Dann nicht. Ich wollte ein bisschen reparieren. Aber na gut. Dann nicht. Ja. Ein Schritt mehr, und du hast eine neue Schmiede in deinem Kopf, Dwan. Was hast du hier gefunden? Sprich! Du musst mit deinem Kommandor reden. Das ist wichtig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe so viel gedacht, als ich dein Schmied auf mich gesehen habe. Ich habe mich in deinem Gesicht. Und ich bin einfach nicht zu schmieden, zu schmieden. Ich kann dir davon überzeugen. Ich werde dir davon überzeugen sein. Ich werde mich überzeugt, wenn du mir deine Waffe händen hast. Komm schon, deine Schwerte! Schraube sie! Schraube sie! Und ich werde dich nach Venosio nehmen. Meine Schwerte ablegen? Ähm... Ich werde dich nicht zu schmieden. Ich werde dich nicht zu schmieden. Ich werde dich nicht zu schmieden. Aber die Redanien sind überzeugt, dass etwas Prowsele's diese Wälder hat. Sie haben mich um ihn zu töten. Nun, sie sind falsch. Es ist nicht die erste Mal. Es gibt keinen Monster hier. Ihr Arbeit ist fertig. Das ist kein Spiel. Die Männer haben sterben. Soldaten haben sterben. Radovid-Soldaten. Sieg der Mann, der die Endschei von der Great Sea zu den Blühen Mountains hat. Soldaten, die in massacres sind. Sieg uns in unsere Brüder. Sieg uns in unsere Brüder. Ich kann sie nicht schreien. Sieg uns in unsere Brüder. Sieg uns nicht auf die Brüder. Sieg uns zu essen, wie Sie. Sieg eine Wahl. Sieg uns jetzt und vergessen, was Sie gesehen haben. Oder Sie sterben. Das Gefühl der Moral-Süperiorität? Es ist schrecklich und falsch. Ihre übrigen Bandits. Ist das so? Dann werden wir Sie als übrigen Bandits behandeln. Die Wälder-Wat-Gön! Oh, nein. Blööööööööööööö. Alter, das ist jetzt unfair, ihr Arschgein. Ihr blöden kleinen Penner. Brenn, babe. Brenn. ...Kann ich mich ausrüsten in der Zeit? Oh, f**k Keine Wahl hier Ich würd gern meine Schwerter wieder haben Das tut mir leid, aber ja, was muss ich machen? Ja, wo sind jetzt aber meine Schwerter? Ach hier Mein Gott, alles so einfach genommen, ihr Schweine War doch euer Plan Ja, das tut mir leid Hm Ähm, ähm, ähm 122, 123, können wir das nehmen So Jetzt haben wir unsere Sachen wieder Ja, er hatte eigentlich recht Ach, jetzt bin ich überlastet Das sind eigentlich nur gewöhnliche Banditen, die andere dann dafür töten Für die ganzen Sachen Warum soll ich die ja so leben lassen? Die wollten mich ja auch killen Immer noch überlastet Was soll ich denn noch alles wegschmeißen? Ach, Mensch Was soll ich denn noch wegmachen? Immer noch? Wollt ihr mich denn jetzt verarschen? Was soll ich denn noch wegmachen? Sind die Waffen so schwer? Ja Ja, jetzt glaube ich es aber langsam nicht Was soll denn das? Was soll ich denn noch wegmachen? Da steht überlastet Ach, kann doch nicht sein Okay Das macht's ja voll jetzt Hm Das ist ziemlich schwer Ja, muss ich wohl wegmachen So So, jetzt aber Na gut Dann mach ich jetzt erstmal hier einen kleinen Cut Und dann sehen wir uns im nächsten Part von The Witcher 3 Bis dann Dann Ja, der geht vor Ja, jetzt geht's mal Mausher